Ich mach dich fertig. Lieber Jan, seit Jahren stellst du deinen Körper mit einem Personal Trainer. Adonis sieht neben dir so schwächlich aus wie eine Packung Magermilch neben einer Wagenladung Creme Fraiche. Damit du deinen so schmerzlich erworbenen Körper nun auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen kannst, fordere ich dich heute heraus. Tanze eine Minute zu dem Song I'm Sexy and I Know It in der Wiener Innenstadt. Viel Freude, dein Motivator, Devastator, Terminator Alex. Oh, dieser B****. Jan war ja auf dem katholischen Jungeninternat und hier beim Stephansdom auf dem Platz traut er sich nie. Abwarten. Du tanzt jetzt hier niemals. Abwarten. Ja, da. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I work out. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in this body. This is what I see. Yeah, also ich muss schon sagen, gut ab von dir. Also die Challenge geht eindeutig. Was kostet die Welt? Das hättest du nicht. Hallo, Bill. Super, gut gemacht. War dir klar? War völlig klar. Gut ab von dir. Einfach mal zu natürlich. Alex hat sich heute einfach selbst zerstört. Heute hat Jan gewonnen. Aber nächste Woche triumphiere ich. Guitar Impossible. Wie gefällt euch unser neues Baby? Das Unmögliche möglich machen. Schreibt uns einen Kommentar. Ab jetzt. Jede Woche neu. Guitar Impossible.